So, jetzt nehmen wir unsere Akzentstudien und wandeln die in Fill-Ins um. Also wandeln sie um, besser gesagt, wir setzen sie in die Praxis um, setzen sie zusammen mit einem Groove. Wir nehmen aus den SPS1 Solo, das ist jetzt 16. Paar Akzente, dann nehmen wir mal den ersten Takt und mit diesem ersten Takt bauen wir ein Fill-In. Bauen bedeutet, wir müssen natürlich erstmal diesen Takt gecheckt haben, wie der funktioniert, motorisch, wie die Akzente funktionieren. Jetzt können wir orchestrieren, heißt, wir können die Akzente mit verschiedenen Sounds belegen, Becken, Toms, Snare, Hi-Hat, was auch immer. Und dann können wir mit den Zwischenschlägen die Dynamik steuern, das heißt, wir können teilweise eben komplett Ghost Notes spielen, sie fast verschwinden lassen, gar keine Zwischenschläge, nur das Raster ist noch spürbar. Oder wir machen das dicht, wir lassen da ganz viel, die Zwischenschläge sind stark und sind ein Teil des Fill-Ins, dass man ganz stark die Sechzehntel spürt. Man kann die Hi-Hat durchlaufen lassen, wenn man ein Fill-In spielt, das ist quasi das Time, ist die ganze Zeit zu hören. Also so ein bisschen dran rumprobieren. Lasst euch Zeit bei diesen Dingern, damit ihr quasi nur am Anfang mal kurz diesen Takt checken müsst, aber mit der Zeit dann auch bei euch, bei eurem Spiel sein könnt und wirklich am Musik machen seid. Wir machen das immer so, ich mache es jetzt mal so, ein Takt-Groove, ein Takt-Fill-In, wir sind bei dieser Übung im Viervierteltakt. Man kann aber natürlich auch symmetrisch anders denken, dass man einfach sagt, okay, man macht zwei Takt-Groove und zwei Takt-Fill-In oder die musikalisch praktischere Variante, also mehr in der Realität verankert, drei Takt-Groove, ein Takt-Fill. Wie gesagt, ich mache ein Takt, ein Takt. Und los geht's. Wie gesagt, ich mache ein Takt. Wie gesagt, ich mache ein Takt. Wie gesagt, ich mache ein Takt. Probiert rum, wenn euch was gefällt von dem was ich spiele, könnt ihr natürlich einfach anhalten und es dann selber ausprobieren, ansonsten würde ich empfehlen rumprobieren und selber drauf kommen auf die Idee. Den zweiten Takt spare ich mehr jetzt, da würde das gleiche Prinzip zählen. Jetzt gehen wir aber mal eine Seite weiter, da haben wir nämlich dann gleich eine Nummer mit einem Dreivierteltakt. Die Idee ist jetzt aber nicht, dass wir in ein Dreiviertel Groove gehen, ein Dreiviertel Feel, sondern wir beginnen das Fill-In quasi nicht auf die Eins, weil wir haben keine vier Positionen zu spielen, sondern wir beginnen das Fill-In auf die Zwei. Das heißt, das was wir da lesen, ist das Fill-In auf der Zwei Beginn. Wir spielen also den Groove, 1, 2, 3, 4, 1, da geht's dann los. Könnt ihr euch denken, wenn wir im Zweivierteltakt sind, könnt ihr das auf drei dann beginnen. Also je nachdem, wie viel Platz ihr quasi zur Verfügung habt, rechnet ihr von hinten. Alles klar, wir hören mal den ersten Takt von SPS-2. Das wäre eben ein Dreivierteltakt notiert. Wir sind aber im Vierer, wenn wir das Groove Fill-Gefüge machen. Ich mach's mal mit dem ersten Takt, was ich meine. Hier kalle ich mich auch schon schnell aus der Zeit. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und jetzt mal mit dem ersten Takt von der nächsten Nummer von SPS 3. Jetzt sind wir im Zweivierteltakt. Das heißt, wir beginnen erst auf Zellzeit 3 mit dem Fill-In. Groove einen Takt lang. 1, 2, 3, 4. Und dann 1, 2, noch Groove. Auf 3 kommt das Fill-In mit dem ersten Takt von der Zweiviertelnummer jetzt. Und dann mal mit dem Fill-In. Und dann mal mit dem Fall. Und dann mal mit dem Fall. Probiert es aus. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei für euch. Und wenn es dazu Fragen gibt, gerne stellen. Die Akzente, klar, gebt euch da Zeit. Spielt das Zeug im Kreis. Ich habe es schon mal gesagt, für mich ist es Meditation. Ich finde es sehr schön, wenn man quasi in diesen Akzenten drin ist und man findet seine Spirale. In der kann man sich dann auch sehr wohlfühlen und ein bisschen die Fliehkraft genießen. Alles klar. Bis gleich. Ciao, ciao.